Hallo und herzlich willkommen zu JagdmrX. Könnt ihr in diese leere Zahlenmauer die 10 Zahlen so eintragen, dass eine richtig gelöste Zahlenmauer der Addition entsteht? Wie ihr wisst, muss in einer Zahlenmauer der Addition die größte Zahl immer ganz oben, also in der Spitze, stehen. Insofern sollten wir die 10 Zahlen zunächst der Größe nach sortieren, am besten von groß nach klein. Nun können wir schon einmal die 154 ganz oben, also in die Spitze, eintragen. Wie geht es weiter? Auf jeden Fall muss die zweitgrößte Zahl in der zweiten Reihe unter der 154 stehen. Jedoch wo? Die Position ist nicht eindeutig. Die 95 kann in dem rechten oder aber auch in dem linken Feld stehen. Insofern gibt es zwei Lösungen, die jedoch symmetrisch sind. Wir tragen die 95 einmal in das linke Feld ein. Jetzt können wir die fehlende dritte Zahl berechnen. In dieser Zahlenmauer finden wir die drei größten Zahlen in den drei obersten Feldern. Dies muss aber nicht immer so sein. Schreibt mir doch eure Ideen diesbezüglich in die Kommentare und denkt euch eine eigene Zahlenmauer aus, wo nur die zwei größten Zahlen in den drei obersten Feldern stehen. In der dritten Zeile muss die 50 vorkommen. Doch wo? An welcher Stelle? Sie muss ganz links stehen, da wir sonst eine 9 benötigen würden, die jedoch nicht vorhanden ist. Die 45 und 14 können wir nun direkt berechnen. Schon sind nur noch vier Zahlen übrig. Wie müssen wir diese verteilen? Wir sollten zunächst überlegen, wo die 42 stehen kann. Und da gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich die 42 muss in dem zweiten Feld der untersten Reihe stehen. Überlege dir, weshalb dies so sein muss. Die verbleibenden Zahlen können wir wieder unmittelbar berechnen und erhalten somit eine richtig gelöste Zahlenmauer der Addition. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann solltet ihr unseren oder besser euren Kanal abonnieren. Wenn ihr auch noch die Glocke aktiviert, dann werdet ihr immer informiert, wenn es etwas Neues auf eurem Kanal gibt. Alles Gute, alles Liebe, euer JagdMrX.